Willkommen zurück, eine neue Folge WoW Wrath of the Lich King Classic mit unseren Phase 4 Eisgrundzitadellen Guides. Wir haben nunmehr nur noch zwei Bosse dastehen und das sind mit die schwersten Bosse, die wir in dieser Instanz vorfinden. Auf dem Plateau der Frostwinghallen befindet sich der Drache, den ihr auch schon im Opening zum Addon gesehen habt, der nämlich von Arthas wiederbelebt wurde, Sintragosa. Sintragosa ist ein ähnlicher Kampf, wie ihr ihn schon vorgefunden habt in Naxxramas gegen Saphiron. Es ist ein Drachenkampf, das bedeutet, ihr dürft nicht vor dem Drache stehen, außer der Tank, ihr solltet niemals hinter dem Drache stehen, das heißt positioniert euch seitlich zu ihm. Der Kampf hat zwei Phasen und wir besprechen jetzt zunächst einmal die erste Phase, die auch wieder periodisch stattfindet, solange der Boss mehr als 35% Leben hat. Periodisch deswegen, weil sich hier Boden und Flugphase in dieser Phase 1 nochmal abwechseln und wir kommen zunächst zur Bodenphase. Sobald ihr den Boss pullt, landet er und hat eine Frost Aura, die ist raidweit, die müsste einfach gegenheilen, wie bei Saphiron. Er hat einen Frostatem nach vorn, auch wie Saphiron, nur dieser Frostatem ist noch etwas besonderes, weil er einen Tank-Debuff auf den aktuellen Tank, der von dem Frostatem getroffen wird, gibt, der seine Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit heruntersetzt. Das heißt, nach einer gewissen Anzahl, ich glaube, man sollte das sogar nach jedem Frostatem dann machen, sollten sich die Tanks abspotten und den Debuff dann auslaufen lassen. Zusätzlich werden Millis und Caster jeweils mit einem Debuff versehen. Millis, sobald sie mit ihrer Waffe zuschlagen, das gilt sowohl für Autoangriffe als auch für Fähigkeiten, die mit Waffenschwung einhergehen und Caster bei jedem Zauber. Und diese Debuffs verursachen bei Millis Frost Schaden und bei Castern Arcan Schaden, nämlich Dots, die ihr bekommt und die dann jedes Mal nach oben stacken und jedes Mal eben dann stärker werden. Die laufen dann so 8 Sekunden, glaube ich, waren es. Und danach sind die ausgelaufen, die Dots, die stapelbar sind und ihr solltet dann wieder anfangen, die nächsten aufzubauen oder werdet automatisch die nächsten aufbauen. Das bedeutet, ihr müsst zwischendurch immer mal Damage Stop machen, dass ihr diese Dots abbauen könnt, ansonsten können eure Heiler das irgendwann nicht mehr gegenheilen. Dann macht in periodischen Abschnitten der Boss einen eisigen Griff und eine mörderische Kälte. Bei dem eisigen Griff zieht er alle an sich heran, direkt ins Zentrum und wird dann die mörderische Kälte wirken, die 25 Meter weit AOE Schaden verursacht. Das bedeutet, ihr müsst dann die Beine in die Hand nehmen und von dem Boss weggehen. Alle, auch die Tanks und die Heiler und so weiter, alle dann weg. Deswegen kann es Sinn machen, kurz bevor dieser eisige Griff kommt, für die Caster und für die Heiler etwas näher an den Boss ranzugehen. Weil, sobald er den Griff wirkt, wird er automatisch diese mörderische Kälte anfangen zu casten. Und ihr seid dann gegebenenfalls noch in der Vorwärtsbewegung auf ihn zu, wenn ihr weiter weggestanden seid und könnt zu spät rauslaufen. Das ist ganz wichtig, da müsst ihr ein gutes Mittelmaß finden, weil er sollte dann später gerade auch bei dem Kampf nicht zu nah am Millicamp oder zueinander stehen. Dann wird er in periodischen Abständen Leute mit Frostleuchtfeuer belegen. Das markiert einen Spieler und der wird nach einer kurzen Zeit in ein Frostgrab verwandelt, ähnlich wie bei Saphiron. Es muss aber so sein, dass der Spieler rausläuft, weil, wenn der Spieler getroffen wird und in den Frostgrab eingebettet wird, dann werden auch alle Spieler im Umkreis von 10 Metern in das gleiche Frostgrab reingegeben. Ja, und dann habt ihr einen richtigen Frostfriedhof, wenn die Milis da nicht aufpassen zum Beispiel. Diese Spieler oder dieses Frostgrab ist im Vergleich zu Saphiron aber angreifbar. Das heißt, ihr könnt und ihr müsst das auch zerstören, weil der Spieler da drin sich erstens nicht bewegen kann, kann euch nicht mehr helfen und zweitens wird er irgendwann ersticken. Das heißt, er nimmt immer mehr und mehr Schaden, je länger er in diesem Frostgrab drin ist. Das Frostgrab ist aber dann auch noch mal wichtig für die jetzt gleich kommende Flugphase und für Phase 2. Nämlich, nachdem Synthragosa dreimal den Frostatem gewirkt hat, wird sie ans Ende der Plattform laufen und abheben. In dem Moment markiert sie eben 3 Spieler, nicht 3 Spieler, 5 Spieler mit dem Frostleuchtfeuer und diese 5 Spieler sollten sich am besten unten an der Treppe, die zu dieser Bossfläche führt, aufteilen im Abstand von mehr als 10 Metern, aber halt auch nicht zu weit auseinander, weil ihr müsst die Gräber rausholen. Dann, während sie oben fliegt, wird sie viermal insgesamt eine Frostbombe runterwerfen. Das ist ähnlich der Frostbombe wie bei Saphiron. Hier mit dem Unterschied, dass sie euch im Normalmodus nicht tötet, aber sie macht halt so dermaßen viel Schaden, dass gerade Leute mit wenig HP gegebenenfalls doch einen One-Shot darstellen. Deswegen hier mal reingeschrieben, tödlich im Sichtbereich. Das heißt, ihr solltet euch hinter diese Frostgräber stellen, weil dann bekommt ihr nämlich keinen Schaden, wie bei Saphiron. Wenn sie dann viermal die Frostbombe geworfen hat, dann kommt sie wieder runter und es beginnt wieder die Bodenphase, wie gehabt. Ihr solltet aber zu dem Zeitpunkt, nachdem die vierte Bombe unten gelandet ist, die Frostgräber dann auch schleunigst rausholen. Wenn ihr es dann geschafft habt, dem Boss unter 35 Prozent Leben zu bringen, wird die Phase 2 eingeläutet. Da gibt es dann keine Flugphase mehr, aber es kommt eine schwierige Fähigkeit mit hinzu, nennt sich Mystischer Puffer. Dieser Puffer gibt euch erhöhten Magieschaden als Debuff und das in Kombination mit dem Debuff von den Milis und Castern, das hier weiterhin passiert und der Frostaura und den anderen Fähigkeiten, die halt Schaden verursachen, kann ziemlich böse enden. In dieser Phase 2 wird dann immer nur ein Spieler mit so einem Frostleuchtfeuer versehen. Der hat rauszulaufen, wird dann zum Frostgrab und dann könnt ihr hinter dem Frostgrab diesen mystischen Puffer resetten. Solltet dann allerdings immer zusehen, dass ihr eben auch den Spieler rausholt, weil der sonst irgendwann stirbt. Das heißt, in den meisten Fällen macht man das so, dass der Spieler rausrennt, wird zum Frostgrab, dann wird ein Tankwechsel stattfinden, weil das einhergeht mit dem Frostatem zum Beispiel. Der Tank kann dann seine ganzen Debuffs resetten und sobald der Tank quasi die Debuffs resetet hat, wird diese, wird diese, ähm, dieses Frostgrab zerstört und der Tank kann dann wieder bei dem anderen Tank abspotten. Wie ihr das dann aufteilt, ist euch überlassen. Ihr könnt diese Frostgräber in Phase 2 entweder einmal immer links und einmal immer rechts beim Boss abstellen. Dann wird bei jedem Tankwechsel der Boss quasi um 180 Grad gedreht, birgt aber die Gefahr, dass der abspottende Tank, äh, vom Schwanzfeger erwischt wird und danach nach hinten gekickt wird. Das kann zu Schwierigkeiten führen. Oder ihr macht euch zwei Markierungen, ähm, wo ihr die Frostgräber abstellt, so dass das nachfolgende Frostgrab das vorhergehende nicht mit, äh, beeinflusst und ihr dann zwischen den zwei Frostgräbern auf einer Seite hin und her wechselt. Das müsst ihr dann im Raid selber mal ausmachen. Jetzt gibt's natürlich auch noch einen, äh, einen HC-Modus und im HC-Modus ändern sich ein paar mehr Fähigkeiten. Die Frostbombe und die mörderische Kälte, also wenn sie am Fliegen ist und spuckt ihre Bombe und wenn sie euch rangezogen hat und diesen AOE kostet. Die sind jetzt so stark, dass sie tödlich für jeden Spieler im Raid sind. Ähm, das sind mehr als über 100.000 Damage, die ihr da bekommt. Also das kann, im, im Idealfall könntet ihr so eine Fähigkeit gegebenenfalls als, äh, als DK-Tank mit, äh, AMS und allen Cooldowns irgendwie überleben, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Also hier wirklich Beine in die Hand nehmen und die, äh, Mechanik spielen. Dann gibt es sechs anstatt fünf Eisblöcke. Das heißt, ihr braucht mehr Schaden, weil ihr mehr auf die Eisblöcke aufteilen müsst in der Flugphase. Und jetzt wird's interessant. Der Caster-Dot, der euch, ähm, Arkan-Schaden bringt, wenn ihr den hochsteckt, der macht jetzt, äh, im Umkreis von 20 Metern um euch auch nochmal Damage. Und gerade in Verbindung mit dem mystischen Puffer, was euren erlittenen Magieschaden dann auch nochmal nach oben geht, ist das Ding hier komplett tödlich. Das bedeutet, sobald ein Caster diesen Dot im HC-Modus bekommt, heißt es absoluter Damage-Stop, ihr lauft gegebenenfalls auch noch raus, äh, diese 20 Meter, ähm, könntet dann dort ein bisschen weiter casten, aber im Normalfall absoluter Damage-Stop, lasst den dort auslaufen und danach könnt ihr weitermachen. Wichtig, auch die Heiler sind von diesem mystischen Puffer betroffen. Das heißt, ihr müsst dann zusehen, dass wenn ihr heilt, 20 Meter Abstand zu allen anderen noch mit habt, dass ihr da nicht in irgendeiner Fähigkeit mit involviert werdet, wo es euch, äh, in die Luft jagt. Okay, viel Theorie, jetzt kommen wir mal zum Bosskampf und schauen den uns an. So, hier wieder ein Video auf MMOzone.de. Ihr seht den Pull des Bosses, der landet und wird dann direkt von einem Tank eingesammelt, ob ihr direkt hier am Anfang, also am Ende der Treppe quasi, tankt oder ein bisschen weiter es euch überlassen. Hier war der Frostatem, ihr seht, es wurde direkt abgespottet und der zweite Tank ist hier am rumlaufen, sodass er dann, äh, den Debuff wieder resetten kann. Ihr seht die Frostaurer, die die ganze Zeit kommt und diese Symbole sind quasi diese einzelnen Stacks, die die Leute aufbauen, indem sie angreifen und, äh, ihr seht, wie die dann teilweise schon ticken, wenn es hier höher geht, ne. Jetzt war wieder der Frostatem da, ähm, das ist das Ranziehen und dann heißt es nichts wie weg vom Boss, um eben schnellstmöglich, äh, bestmöglich kein Damage zu bekommen. Schauen, dass ihr schnell am Boss wieder dran seid, dass er sich nicht großartig bewegt. So, jetzt werden die Spieler gleich markiert. Mal sehen, hier mit den blauen Pfeilen. Ihr geht jetzt hier an den Rand, wo die Treppe endet. Die anderen Spieler warten hier oben. Die werden jetzt in die Eisblöcke eingesperrt und jetzt stellt ihr euch hinter die Eisblöcke, weil ihr seht, es kommt direkt hier diese Frostbombe runter. Die erste ist schon runtergekommen, die zweite kommt jetzt runter und in der Zwischenzeit müsst ihr dann, ähm, die Frostgräber rausholen. Achtet aber drauf, dass ihr die Frostgräber nicht zu früh rausholt, weil sonst erwischt euch so eine Frostbombe. Das heißt, nach, äh, vier Bomben müssten die Frostgräber dann fallen, weil ihr seht auch, wie schnell die Leute hier nach unten droppen. So, Syndragosa ist noch bei 80 Prozent. Der Kampf geht ja jetzt hier die ganze Zeit so weiter. Das heißt, wir machen einen kurzen Sprung und schauen uns dann mal noch Phase 2 an. Hier sind wir jetzt kurz vor Phase 2, 36 Prozent. Ab 35 Prozent kommt eben diese zweite Phase und, äh, der Boss wird jetzt nicht mehr abheben und ihr werdet jetzt gleich, ja, hier wird es als Phase 3 tituliert, werdet jetzt gleich sehen, dass, äh, wie man diese Phase spielt. Ihr seht, ein Spieler hat wieder den blauen Pfeil, nimmt sich das Frostgrab, die Spieler gehen dahinter, resetten ihren Debuff, ähm, von diesem mystischen Puffer hier, äh, und hauen dann das Frostgrab um. In der Zwischenzeit hat es auch der Tank gemacht. Frostgrab ist umgehauen und ihr seht schon, hier kam das zweite Frostgrab. Das heißt, die überschneiden sich, ähm, ergo müsst ihr sehen, wie ihr die Frostgräber am besten positioniert. Ja, dann, ähm, geht es immer hin und her mit den Frostgräbern, die Debuffs resetten und, äh, so wird der Kampf bis zum Ende fortgeführt. Das Ranziehen müsst ihr auch immer noch beachten, ne, das kommt genauso. Das Gute ist, die Spieler im Frostgrab sind von diesem AOE dann nicht betroffen. Das heißt, äh, da haben sie, ja, Glück gehabt, könnt ihr sagen. Ja, und so geht es dann, bis entweder ihr sterbt oder Sintragosa stirbt. Und natürlich hat er auch einen Enrage-Timer. Das heißt, äh, ihr könnt euch hier nicht bis in alle Ewigkeit Zeit lassen. Ja, das war's zu Sintragosa. Damit haben wir jetzt elf der zwölf Bosse abgeschlossen und im nächsten Video werden wir uns dem langersehnten Kampf gegen den Lichtkönig mit seinen gesamten Phasen und Fähigkeiten widmen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao!